Und dann noch einmal ein Test mit dem ModMic, wieder ohne Rauschunterdrückung, Test 1,2,3,4 und so weiter. So, dann machen wir noch einmal eine Aufnahme mit dem Headset-Mikrofon, ohne Rauschunterdrückung und Test 2,3,4 und so weiter und so fort. So, dann machen wir noch einmal eine Testaufnahme, wieder das ModMic, diesmal mit Rauschunterdrückung, Test 1,2,3,4 und so weiter. Und dann machen wir wieder eine Testaufnahme mit dem normalen Mikrofon, mit dem vom Headset, Test 1,2,3,4 und so weiter und so fort.